Hi, und zwar wurde ich von dem Discounter Lidl dieses Jahr eingeladen zu einem ganz besonderen Event. Ihr seht es schon jetzt im Video worum es geht. Es geht natürlich um Feuerwerksprodukte der Firma Lidl. Also es wurden die kompletten Produkte, auch die Neuheiten hier vorgestellt. Das Event fand in Duisburg statt und ich und viele andere Pyro-YouTuber waren live vor Ort und konnten uns einfach mal ein Bild von den Neuheiten machen, von den Designs und natürlich auch von den Neuheiten selbst, die dann direkt im Anschluss vorgestellt wurden. Ja, jetzt einfach mal zurück zum Anfang und zum eigentlichen Start dieses Videos und dabei wünsche ich euch viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020